Was ist denn hier los? Wieso sitzt denn hier so so? Jetzt geht's los. Konfetti-Schlacht. Konfetti-Schlacht. Hier hinten, ich hab's schon sauber gemacht. Hier ist was los. Ein ganz normaler Geburtstag. Ein ganz normaler Geburtstag. Mit unfairem Tod wird sie gekämpft. Ihr macht das schon. Die Lea schmeißt auch schon hoch. Hüi! Häh? Ich schau.